so leute da sind wir beim nächsten booster wir haben heute brandaktuell modern horizont modern horizons 2 warum besteht denn hier nicht modern horizonte das booster ist in deutsch wizards hat ein quatsch maus finde ich doof ich meine viele leute würden es wahrscheinlich mögen weil aber ich sehe halt jetzt schon wie viele leute einfach modern horizons 2 ein display kaufen auf einmal ein deutsches in der hand haben oder deutsches wollen dann sagt der händler so wir haben nur englische ja ja gucken wir uns mal an was wir in modern horizons 2 uns erwartet ab morgen ist pre-release und es gibt haufenweise pre-release events bei uns kommt morgen auch eine pre-release challenge raus also schaltet auf jeden fall ein es wird wie immer großartig das erste was ich jetzt mache ist ja nein gucken wir uns mal an wir haben eine art card die ist hübsch die ist hübsch die ist richtig hübsch so dann gucken wir uns mal an was wir haben wir haben eine ebene die ebene kommt mir bekannt vor sind das nicht die reprint ebenen gibt sie nicht in den old border spät zum essen viermal eine hexerei bringe eine kreaturen card aus friedhof ins spiel zurück erzeuge einen speisespiel stein speisespiel stein alter food token und die kann man für zwei männer opfern um eine karte zu ziehen drei leben zu kriegen so krass gefährte des gastes sieben mana 4 4 affinitäts oder fakten für zwei männer artefakt land umwandlung hammer cooles teil habe ich jetzt schon legacy decks gesehen die mit affinity vier mal den vier mal den diesen komischen mühe spielen mega witzig larvenkammer des kombinats ein grünes und blau ist ein art fakt kreaturen spielsteine die du kontrollierst haben flugfähigkeit das ist ganz cool und für vier mana tappen erzeuge einen spielstein das ist die opfer ein spielstein erzeuge eine vier vier grünen kreaturen spielstein aktiviert jetzt fähigkeit nur in der x-reihe für man wandelt man einfach nur eine kreaturen in 4-4 um meh schmetterknochen davon brauche ich noch ein paar zwei mana artefakt lebende waffe kriegt plus eins bis eins und hat wachsamkeit lifelink also die ausrüstung der grünen plus eins zu eins richtig cool richtig richtig cool fünf mal ausrüsten ist tatsächlich der schmetterknochen vorne von der better skull weißt du dem schmetterschädel ist das der schmetterknochen goblin fallenläufer vier mana 4 2 immer wenn er angreift drei münzen erzeuge für jeden gewonnenen münzwurf einen getappt angreifenden roten goblin der ist gar nicht mal so kacke der ist wirklich gar nicht mal so kacke schrott winder sieben manner fünf sech affinität zu spielstein okay also zu tokens immer wenn ein spielstein unter deiner grünen rolle ins spiel kommt habe eine bleibende karte deiner wahl die kein land ist und deren geht dann kontrolliert und die enthabt nicht wenn es nächsten tag zum eins okay das ist nicht schlecht wirklich nicht schlecht exemplarsammlerin fünf mana 2 1 wenn ihr ins spiel kommt erzeugen wir ein 1 1 grüßes grünes eichhörnchen eine 0 3 blaue krabbe die haben wir gerade eben zerrissen und wenn die stirbt erzeuge einen spielstein der eine kopie eines spielstein seiner wahl ist den du kontrollierst okay nice dann haben wir eine mythic rare archon der grausamkeit acht mana 6 6 fliegend immer wenn er ins spiel kommt oder angreift ob er einen gegner der wahl einer kreatur oder ein planeswalker wirft eine karte ab und verliert drei leben du ziehst eine karte hältst drei leben wow dass das schreit commander das schreit commander aber richtig krass dann haben wir eine seelenschlinge das ist ein reprint aus dem commander set das finde ich übrigens großartig dass sie hier den den reprint und diese symbole reingesetzt haben so richtig in die zauberung die man für allen opfern kann um eine kreatur die dich oder ein planeswalker die du kontrollierst angreift in sechs hier zu stücken liegt als zauberung im spiel richtig cool und dann haben wir einen goblin anarcho mart 202 jeder zauber spruch den du wirkst und der rot oder grün ist kostet beim wirken einer weniger habe ich schon im goblin storm goblin food chain und wir haben unsere foil ist monos kelium zwei mana 1 1 kommt mit einer plus 1 zu 1 market spiel ein mana wir entfernen plus 1 zu 1 mark und fügen einem ziel einen schadenspunkt so eine schlechte walking ballista das voilig ist okay man sieht zeit in der kamera jetzt gerade nicht das voilig ist okay ja das war jetzt commander modern horizons 2 und wenn ihr mehr davon sehen wollt wie gesagt aktuell es kommen pre-release events auf euch zu ihr könnt euch ja mal in euren local game stores ein wenig umhören ob bei euch irgendwas läuft es dürfen keine offiziellen pre-releases laufen ich glaube es laufen zwei offizielle pre-releases über webcam das eine ist bei solaris das andere ist beim magic shibi die sind auch von wizards irgendwie noch unterstützt und ja bei uns kommt morgen die challenge dementsprechend freut euch wir sehen uns bis dahin neue blackzade ciao ciao